Hinter jedem erfolgreichen Business mit viel Umsatz liegt eine erfolgreiche Geschäftsidee. Apple, Facebook, Amazon, Tesla. Noch vor ein paar Jahren hast du dir gar nicht vorstellen können, dass es das Ganze gibt. Hier siehst du Dubai vorher und nachher. Doch was hält dich davon ab, deine Ideen umzusetzen und Vorreiter in deinem Business zu werden? Das haben wir schon immer so gemacht oder das klappt doch nicht bei mir, ist der Tod für deine Geschäftsideen. Unsere Welt verändert sich laufend und sei du flexibel und offen für Veränderungen. Smartphone, Elektroautos, NFT, Bitcoins, TikTok. Wenn du nicht bereit bist für eine komplett neue Art des Denkens, bist du bald hinten abgehängt. Früher konntest du noch eine Anzeige in der regionalen Tageszeitung schalten. Heutzutage finden dich Follower vor allen Dingen online und in Social Media. Viel mehr Menschen werden dein Angebot sehen können und zwar weltweit. Glaube dir neue Wege einzuschlagen. Warum ein Teelicht sein, wenn du ein Leuchtturm sein kannst. Komm zu meiner Fülle Challenge und lass uns Online-Business ganz neu denken. Melde dich jetzt an, ab 5.04. geht's los. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.